Bist du? Okay. ...mal wieder am Einstellen der Kamera. Ach, ist das witzig. Es ist echt unglaublich. Warum ist die Kamera so dumm? Ja, ist es dann wieder. Boah, hey. Was? Das ist zu wenig. Das stimmt. Guck. Bist du? Fagun. Hi! Let's go. Hallo und willkommen in der Natur. Pferde schreien. Die Wälder fliehen. Es funktioniert, ja. So, jetzt hol ich nochmal den Chat her. Weswegen ich so angestrahlt bin. Okay. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Ja. Ich auch nicht. Bin ich dran? Ist ja auch wurscht. Ja, ich bin dran. Achso, vielleicht nicht. Äh. Ja, dann nehmen wir mal. Äh. So. Aha. Du hast dich selbst als Ghost genommen. Ich habe einmal Probe gespielt und das war's. Und ich liege im Rass, wie man sieht. Okay. Okay. Nice. Should be in the fairway. Okay. And next. Ein größerer Schläger. Ja, ja. Ja, es zeigt ja nur jetzt die 140 an. Ja, aber ich weiß schon, dass du nur das Gericht hast. Und die ist dann die... Ja, ne, das passt schon. Ich meine, es gibt ja Wind. Ich bin durch die Äste durchgesegelt. Uhu. Uhu. Auf den Lens her. JJ Abrams ist stolz auf dich. Ach nee, ne? Nee, das läuft. Läuft. Okay, we are well above the green from here. He might be a little less love on there. Yay, Zuschauer. Hallo, Zuschauer. Und wir nähern uns dem grünen. In 87. 83%. 93%. Das ist gut. Ui, zu viel. Ey, wo ist es denn hin? 77. Ich mach mal weniger. Stopp. 息... Ich mach mal bein. Ryu 31. One's gonna need a bite. Okay, he ended up nice and safe. Still a little work to do though. Pitch. schloss gibt es auch für 30 jahre ist es vielleicht nicht mehr doch 90 und 20 sich aber das war ein bisschen wenig aber im grunde ja der wollte ja dann noch aber da muss es halt voll vor allem nur noch er hat erst gehabt und er hat schon mal zufrieden ist es sei ja also das ist natürlich schon Hier in die Richtung, dann in die Richtung. Also so. Einmal den Fuß und runter geht's. Ah, noch ein bisschen. Putten von rund 16 feet. Oh, man. All right, 12 footer hier. Oh, man. Oh, man. Oh. All right, we got about a foot to the hole, let's do this. Next hole coming up. And it's one over for our current leader. What? Noch ein Punkt. Äh. Oh. Besonders Sonja. Ach, was. Hoppala. Ach immer. Ah, was ist hier los? Ja, nix. Zwei Unterschied. Coming off a bit of a bogey on that last hole. Okay. Let's see if we can do better here. What have we here? Ein dog leg. Mhm. Jo. Ah. Hm. Hm. Siehst du und das meine ich, du orientierst dich an deinem Ghost. Ja sicher, alles mache ich immer. Ich orientiere mich immer an den Ghost, die ich rumschirren und jetzt bin ich wieder im Bunker gelandert. Alright, next stop, let's go for some fair way. Wie Joko beim letzten Mal, zum Beispiel. Na Joko, der blaue Spieler, der blaue Ghost. Na Joko war cool. Hä, eben. Ich probiert es. Boah krass, echt ey. Ich probiert es. Ja viel Spaß. Eier. So. So. Jammer nicht, wenn der Mutt. Das ist Hardcore. Das war unser guter Guide. Boah. Bäm, Alter. Und jetzt erzähl mir du noch was von irgendwelchen Vorteilen. Also jetzt leck mich doch. Nice. Also das ist doch vollkommen wurscht. Jetzt kann ich auch. Ich bin bei den 70%. Miet ist auch nicht zufrieden. Uh, da wird es aber schlecht hier. Okay. Oh ja, bist du schön rausgekommen, ne? Na ja, okay. Nice distance out of that bunker. We're in the fairway. Danke, John. Das ist schon schmal. Ja. 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 Richtig draufhauen. Ja. Hey. Uh. Ist es zu weit? Ja. Ne? Passt genau. Passt genau. Hm. Oh, wäre das schön gewesen. Oh, wäre das schön gewesen. Ich hab sie eben hier, du noch mal was von... Bei mir ist es auch nicht möglich. Äh! Beid! 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 Ich bin dran. Für die Bird! Geh weg! Was? Nicht richtig gebaut oder was? Ja, es ist schon so... Ne... Das weiß jemand noch nicht, was ich machen muss. Eher nach links. Das hab ich nicht so wirklich... Verursacht. Aaaaaaah! Hihi! Hihi! Alright, this one is for Eagle. We will see what you can do. We will see what you can do. Aaaaah! Thousand... Aaaaah! Guck mal, du bist immer noch einen voraus. Ja, okay, ja, gut, okay, einen. Das wird sich aber ändern, das glaube ich. Du bist schon mal dran? Das ist... Geht schon runter. Schönen guten Abend, good evening, hello, welcome to the golf club. Ich will mal runter treiben hier. Oh, du orientierst dich am Coast. Nee, weil ich den nicht so verfolge. Wieder zum Lenspfer. Ja. Das sieht gut aus. Ja, ich hab da wieder mal nicht 100% gehabt. Aber es sieht gut aus. Ha, zum Lenspfer. So war's auch. Hm, nee, ich muss nicht mehr weiter. So, so. So, so, so. Good evening, good evening. P... P... Express. Okay. Ah, also. Hier runter. Biddle gegen Wind. Und? Außerdem hab ich jetzt grad nicht beobachtet. Der Lensflair geht mit. Ja, scheiße, eben, ne? Ich auch. Und? Iiiiihihi. Geht. Okay, we have about 130 yards, I'd say, to get the pin. Schön. Und ein bisschen Gegenwind. Hm. Hm. Vier. Das hatte genügen. Okay. Okay. E.P. Express. Okay. Sorry. Wow, you get that green and under regulation. Sync the next pot where we cooking with gas, I'll tell you. And then we are cooking. Now, now. Now. Ja. Hm? Uh! Da war Gewächs im Weg. Ja. Hm. Ach, wie ärgerlich. Hm. Hm. Das ist für Birdie. Ja. Genau. Ah, sieben, sieben, sieben.